und ist damit wieder mal ein ganz kurzes willkommen hier auf meinem kanal ich habe eine kleine bitte an euch und zwar sind wir jetzt in meinem let's play mit dem der fußballmeister 13 display mit werder briemen an der stelle angelangt an die ich mir denke wir brauchen eine verstärkung wir brauchen eine verstärkung absolut in der defensive und deswegen kommt jetzt hier kommt jetzt da ihr ins spiel und zwar schreibt mir mal bitte in die kommentare unter diesem video hier eure transfervorschläge ihr könnt einfach mal alles schreiben was ihr wollt aber bitte haltet euch ein wenig realistisch da bremer nicht allzu viel geld hat ich würde mal sagen als transferbudget für einen innenverteidiger gebe ich euch fünf millionen kann ruhig ein bisschen mehr sein vielleicht kann man ein bisschen mehr draus handeln und ja auf jeden fall braucht man verteidiger wenn nicht sogar zwei und einen stürmer würden wir brauchen schreibt mir den bitte auch in die kommentare und zwar schreibt die und unter die kamen und unter die kommentare so den namen des spielers das alter wenn es geht und die stärke und in dem marktwert dann gibt es natürlich im aus dem transfermarkt natürlich auch ein paar abgänge und zwar würde ich euch auch dazu bitten mir in die kommentare zu schreiben wen ihr von werde bringen nicht mehr sehen wollt wer bei uns keine zukunft mehr hat wer keine leistung bringt wenn wir verkaufen sollen ja schreibt mir das bitte alles unter die kommentare das war es dann auch so weit schon und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder haut rein tschüss